Wie du eine Zahl auf einfachste Weise durch 5 dividieren kannst. Das geht ganz einfach, indem du die letzte Stelle weglässt und die bleibende Zahl verdoppelst. Ist die letzte Stelle eine 0, so hast du das Resultat. Ist die letzte Stelle eine 5, so musst du die erhaltene Zahl noch mit 1 addieren. Hier ein Beispiel. Wir haben 340 geteilt durch 5. Okay, ohne die letzte Stelle erhältst du die Zahl 34. Die du jetzt verdoppelst, das ergibt 68. Und das ist auch das Resultat, da die letzte Stelle eine 0 ist. In der Videobeschreibung habe ich für dich weitere Rechnungen, wo du hier diesen Trick üben kannst. Und jetzt möchte ich dir auch ein weiteres Beispiel zeigen. Wir haben 125 geteilt durch 5. Eine Stelle weg ergibt 12. Das verdoppelst du, das ergibt 24. Und da die letzte Stelle eine 5 war, ist das Resultat 24 plus 1. Du fügst einfach 1 noch hinzu. Das ergibt 25. Wie du eine Zahl ganz auf einfache Weise mit 5 multiplizierst. Das machst du, indem du die Zahl durch 2 dividierst und dann ganz einfach eine 0 dranhängst. Beispiel 6520 mal 5. Das ergibt das Ergebnis 32.600. Wie rechnest du das aus? Ganz einfach, du hast 6520. Teilst diese Zahl durch 2. Das ergibt 3260. Und setzt daran einfach eine 0 hinzu. Dann erhältst du das Resultat 32.600. In der Beschreibung dieses Videos findest du noch weitere Aufgaben, die du lösen kannst. Beanspruche ein wenig dein Gehirn. Übe ein wenig. Das ist so etwas wie Gehirnfitness. Du erhältst auch noch viele weitere Beispiele. Ein weiteres Beispiel möchte ich dir jetzt auch zeigen. 125 mal 5. Das ergibt 625. Du teilst 125 durch 2. Das sind 62,5. Eine 0 dran gehängt. Und du hast das Resultat 625. 65.